Made with Unity This demo does not fully represent the finished product quality. Wir sagen Start. Und wir spielen heute die Demo von... Creep. Move is W, A oder D. Kann ich irgendwie hüpfen? Okay, bisher noch nicht. Wir können uns bewegen. This way, it says. This way, it says. Dann gehen wir mal da hin. Okay, da können wir nicht hin. Dann gehen wir mal da hin. Und dann laufen wir da einfach weiter. What a lonely place. Was für ein verlassener Platz. So. S or v to drop. Okay, wir können also auf dem Kopf laufen, allerdings nur. Pim. Okay. Der Typ erinnert mich ein bisschen an Worms. So. Dann können wir hier auch nochmal tropen. Da kommen wir nicht lang. Die Lichter sind recht... Die Lichter sind recht... Ich kann nicht die Lichter werden. Wir können eigentlich auch hier schon droppen. Okay. Wir können eigentlich auch hier schon droppen. Okay. Die Leute sind wunderschön. Okay, also interessantes Spiel. Ich muss den anderen Würmchen ausweichen. Und unsere lives are full of Obstacles. Ops. Okay, restart. Und die Leute sind wunderschön. Gut, okay. Dann wäre das der, müsste ich halt hier lang. Und das bedeutet für mich, ich muss da lang. Und das bedeutet für mich, ich muss da lang. Wenn der weg ist. Oh, Gott. Hey, soweit wollte ich das gar nicht. Okay. Also ist auf jeden Fall interessantes Gameplay. Würdest du vielleicht mal ein bisschen früher aufhören? Shit. Okay, aber so vom Prinzip. Ja. Ja, gut. Schaffen wir. Komm natürlich irgendwann. Wir sind immer mit Obstacles. Okay. Gut. Gute Zeit. Wenn wir so viel Shuttle sind. Aber da sind auch ein bisschen zu spülen. Und das Ganze gibt es auch gar nicht. Gut. Gut. Das war so. Gut. 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 stay away okay wir können nicht what a loser okay das sind so wörter stay away so ein bisschen sie cut through you if you let them inside words are like blades they cut through you if you let them inside ouch okay wo sind wir jetzt was für ein verlierer the best for me i plug my ears to them okay zack 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 here's okay here's okay here's okay here's okay okay jetzt bin ich gespannt shit das wäre ja wäre okay gewesen wenn man unten ein checkpoint gehabt hätte okay also ein interessantes spiel da 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 aber ich wollte die dbry stimmung in dem spiel ich bin dumm ich weiß du hoffst dass ich sterbe jaja Jo, passt schon. Nochmal. Ja. Okay. Zack. Zack. Ja. Und raus hier. Ich stehe weiter. Okay. Ich bin bewusst, dass ich keine Freunde habe. Und raus hier. Und raus hier. Und raus hier. Zack. Autsch. Aua, aua, aua. Okay, hier ums Eck. Passt. Aua. Fast geschafft. Also der Plan war gar nicht so blöd. Ich glaube, das würde ich nochmal probieren. Jetzt warten wir mal, bis der da weg ist. Auf Wiedersehen. Ja, ja. La, la, la. Du hier auch. La, la, la. Äh, shit. Ein bisschen zu weit. Okay, wir finden's nochmal raus. So, der ist weg. Auf Wiedersehen. Schizikowski. Schizikowski. Aua. Okay, da war ich zu ungeduldig. Da auch. Naja, fast. Aua. Okay, war ich wieder zu ungeduldig. Hopp, weg mit dir. Da auch. So, wir warten. Und raus hier. So, hier auch. Super. Jetzt haben wir hier mal durch. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich würde mal hier oben erstmal bleiben. Oh Gott. Dann würde ich hier mal fallen. But I once loved too. So. Okay, wunderbar. Das war ja ein interessanter Level jetzt. Okay. This place is my last hope to find someone. Dürfen. Äh, darf ich vielleicht auch den Text lesen? Äh, ist das... Ist das ein Junge oder Mädel? Oder eigentlich ist es total egal. Ähm. Ja klar, warum nicht? Wir glauben warum nicht? Wir glauben warum nicht? Wir glauben warum nicht? Wir sind nicht socken, aber ich denke wir werden eine gute Paar machen! Ich habe besser etwas anderes gefunden. I better find someone else. schreibt ihr noch was dachte er hat noch was geschrieben okay dann hier fluff fluff ja warum nicht ja warum nicht ja warum nicht are you a time traveler because I see you in my future I better find someone else doch nicht traurig ich kann es nicht mehr machen ist es wirklich so schwer zu finden ja dann vielleicht lernst du mal hehehe 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 it seems like I have a date you've swiped a lot this made the worm gain jump ability continue you words are like blades yes but blades are just blades sooo dann warten wir mal dann warten wir mal bis der Typ ja ja ok is ja interessant hier Aua ok wo muss ich jetzt nochmal neu starten apropos hier alles klar ja das war ja natürlich doof wieso ist er jetzt eigentlich nicht gesprungen das habe ich noch nicht so wirklich verstanden so aua also das ist noch so ein bisschen wo ich wahrscheinlich muss ich wirklich an die kante und dann darunter rennen ja ja ok wir probieren es das heißt wenn er losläuft muss ich springen und dann aua ok wenn er losläuft muss ich springen und dann so jetzt kannst du mal dahin zack ok ok dann würde ich mal dann würde ich mal da würde ich da mal hingehen wollen würde ich da mal hingehen wollen hallo da aua ach willst du mich verarschen oder was ich habe den scheiß doch jetzt so toll geschafft ok ok das war nicht weit genug ähm dann dann halt nochmal Buchstabensuppe springen rennen los ok immer dieser kleine fitzel zu wenig ok ok pfiffig 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 dann springen rennen so runterfallen runterfallen hier rüber gehen hier rüber gehen springen nicht da lang laufen laufen ok also der Schimpf ganz einfach darüber ganz einfach darüber was ein loser darüber du hast mich das ist schön interessanterweise interessanterweise ok 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 nicht gespannt ah da ok gehen wir hierher ok 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 das war klar dass sowas passiert alles klar gut wir machen den spaß nochmal wir springen hier rüber wir laufen an diese hohe kante ok das war ein bisschen zu weit an die hohe kante gelaufen dann springen wir hier nochmal rüber wir laufen hier an die hohe kante so wir warten die buchstabensuppe ab ja wir gehen an die hohe kante er spricht wieder dann heißt wir rennen weiter und fallen super ok weiter geht's weiter geht's ok 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 da hätte ich durch müssen alles klar ach komm ey ok ah das ist das ist ein bisschen doof muss ich sagen lass mich doch nach lass mich doch nach nach all diesen äh lass mich doch nach all diesen Versagewürmen die ich passiert hab lass mich doch da einfach ein save point haben also nein noch nicht sondern jetzt das ist was war so und runter danke schön ok ich bin also dumm ok so ja ja der hofft dass ich sterbe das ist auch okay soll er doch und dann sind wir hier auch schon durch so und damit ist diese demo auch schon abgeschlossen was bedeutet ich bedanke mich an dieser stelle für die aufmerksamkeit soweit wünsche euch noch eine tolle zeit die beschreibung zu wo es creep gibt und so weiter findet ihr natürlich wie immer in der beschreibung unter dem video ich bedanke mich für die aufmerksamkeit wünsche euch noch eine tolle zeit cheerio mit oh man sieht sich und auf wiedersehen interessante story übrigens